Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Postscriptum mit Medium Iron, heute mal mit scharfem Bild, ich hoffe, das wird ganz gut, was die Aufnahmequalität angeht. Ich habe nicht, beim letzten Mal was vergessen einzustellen, deswegen war das Bild so unscharf, aber jetzt seht ihr ja, haben wir eine richtig sexy Grafik. Wir spielen Deutsche bei Simonskull, ich bin jetzt einfach aufs Sörner gedäumt und ja, hoffe, ihr werdet auch schon viel Spaß haben, wie ich hoffentlich Spaß haben werde. Wir halten erstmal hier Western Trenches, die Gegner kommen aus Westen, wie ihr sehen könnt und versuchen eben, Hill 47 nur noch einzunehmen, Simonskull und das, wie ihr schon schließt, äh, 59. Ja, wir spielen alt, was spielen wir? Luftwaffenfestfunkbataillon Nummer... Moment mal. Nummer 24, ja. Haben wir hier irgendwas für die Gruppen definiert, wo 1 und 3 hingucken? Oder jeder da, wo er will? Oh, es sind ein paar Steine. Ich habe jetzt zwei Mauern gesetzt, die müssen aufgeschaufelt. Hier ist doch ein Krater, kann man nicht nehmen nutzen? Wenn ich mich hinlege... Wir haben keinen Zugführer. Keine Ahnung. Hört ihr auch diese Waldgeräusche? Nein, haben wir nicht. Kann ich noch mal. Ich bin das jetzt an, tu. Audio. Also ich muss sagen, jetzt kommt mir grad vor, als wäre ich wirklich im Wald. Dornengeräusche? So, dann führ dich mal ein bisschen zu sputten, dann gehen. Super Sache, danke. Jetzt gucken, alle nach Westen, ne? Oder alle laufen nach Westen. Ja, Infanterie habe ich gesehen, rente jetzt von Mainbase direkt auf den Punkt. Okay. Ja, jedenfalls trotz dieses schönen Wetter, dieses schönen Tag ist... Fünf sich eher so nach... ...richtung Westen, Südwesten orientiert. Wir gehen dann so ein bisschen in den Nordwesten, den Norden abdecken. Da meistens immer. Der Kram, Squad 5, instruiert. Ja, check. Also, Osten und den Rücken im Süden, da geht gar keiner hin. Soll da nicht, ich weiß nicht. Da geht die Knallerei schon los. Ja, meine Position, da ist ein ganzes Quatsch schon. An mir, der hat die Augen, das ist... Kommen wir, hier, alles voll. Wir gehen erst, komm schon. Komm raus aus den Büschen. Wir sind in den Granatenbereich, Alter. Helfen wir noch ein bisschen rein. Okay. Ja, genau so ist es. Kleines bisschen höher. Laden nach. Ja, war schon. Wir laden. Ja, Alter, ist von... Okay, Nordwest, ist von West. Ja, genau so. Da, wieder nach. Oh, nee, genau, nicht ganz gut. Ich bin jetzt unsere Mauern immer stehen. Nicht so weit raus, ich muss immer den Punkt oben sehen. Finde von Osten, Vorsicht, Finde von Osten. Ja, ein bisschen weiter Südwest, ich komme von der Position. Da habe ich einen gesehen. Wo bist du, MacGames? Da, f*** ich, da bist du. Mischen, äh, nötig, komm falsch, nordwestlich, äh, nordwestlich. Ach, klar. Ich hole dich. Was kommt? Vorsicht, Adi. Geht so weit. Wir sind wohl weiter Südwest. Laden nach. Ich habe hier auch schon die Mörser-Stellung. Guck mal, ob ich die aufklären kann. Okay. Das ist ein Fall, ein bisschen die Brüche, aber auch. Halt weiter, halt bei den Reihen, halt bei den Reihen. Oh, da geht ein Pionier vor. Ha. Ich glaube, da sind zumindest ein paar hier im Osten, versuchen, uns nach Süden zu gehen. Na, mach den feinlichen Commander ausgeschaltet. Der Fall aus dem Norden. Der andere Jeep steht bei mir. Sehr gut. Ich bin hier voll aus Norden. Alter. Ich bin aus Norden, ich bin aus Norden. Daten nach. Der hat gefallen. Ganzes Quote jetzt bei mir. Spawn pumpt. La. Muni ist leer. Ich bin gleich in Spawn freikämpfen. Gut, danke. Die Messerstellung ist bei dem Gebäudekomplex östlich der Mainbase. Keine Munition mehr. MG, Leergeschossen, braucht Munition. Hat jemand Munition für mich? Negativ. Ich wollte dich. Eine Munikiste. Ah, perfekt. Der Sunny kommt nicht. Wegdrücken. So, besser. Kuck. 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 Vorsicht. Startwerfer. Schon wieder die Scheiß. Partillerie. Ab in die Gräben. Mörser ist auch keineartig. Ah, danke. Läuft was gleich hinaus. Schon Feuer. Super. Ja, der Mörser kann uns nicht so lange der Gain-Volklerfer landet. Nee, da. Yeah, yeah. Okay, auf geht. Der schießt vorbei. Wir werden auf jeden Fall jetzt auf die Tür schmeißen sie rauf. Ja. Alle aus dem Norden zurückkommen. Meine Fresse geht's hier ab. Ich weiß nicht, wie laut es für euch ist. Für mich ist es verdammt laut. Ich krieg's. Ich fühl das gerade richtig. Ich lade nach. Oh, das ist ein Plastern. Oh. Das ist fertig. Danke. der ist auch der commander schon wieder die sind im der 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 Warte schiep' noch Ich hab nur noch ein Magazin, ich musste nur die Zonskiste zeigen Da müssen wir mit einem SP warten, da haben wir keine Ahnung, Möglichkeit Die 1, komm raus, die 1, komm raus Da noch Hallo Hallo Hörser sind jetzt erstmal unterbrochen Der MSB ist gleich da Das ist echt gut Heilige Scheiße, ja Bölke Das dauert glaube ich nicht mit nach lange Ich hab noch ein bisschen Ich hab noch ein bisschen Ich hab noch ein bisschen Ich bin tot Ich bin tot, Headshot Ich werde die wieder mal zu meinem Panzer Ach Bölke ist vor mir, guck meine an Ich bin tot 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 jungs ihr seid viel zu weit draußen kommen mal zwei drei leute hier zurück hier ist gut südosten südosten kommt feind wieder hier kann ich mich nicht bewegen krater zu eng wir werden von südwest umlaufen und laufen bei einfachen rüsten ich habe mir mal eine nebo gestellt was es braucht ich muss erstmal hingucken und sehen ob ich jetzt einen feind finde ich ne geil ich komme mir so blind vor der scheint kommt auf jeden fall vom süden ich habe schon durchgegeben an die anderen swats ein bisschen präsenz feuern medic hinter dir soll ein ganzes squad sein auf der zahl und die granate feuern wieder weg hier scheiße jetzt haben sie mich erwischt da war ich zu agressiv ich dachte ich kann ein stück vorlaufen weischt dass ich mehr sehe aber leider war das die falsche entscheidung aber da kommt der kippswehr ich weiß ja nicht obwohl nein auch er ist umgeballert worden dann spawne ich neu ja 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 wir nehmen doch gar das mess drauf leute Wir haben das Anti-Drechte, wenn ihr nicht hört, muss ich euch ausschweißen. Man hört halt Graben, wie wir Mörsern. Ah, ich guck gleich mal, ob ich die Mörser wieder finde. Vordere Graben ist halt leer. Funka, Rallye noch zwei Meppen. Ah, ich bin tot. Ich schaffe hier aber noch den zu befräschen. Der forsterste Graben ist leer. Ich kann mich da B holen. Jo, danke. Am besten. Jetzt geht die Scheiß-Mörser-Feuer wieder los. Ah, ja, ja. Ihr könnt so weit ausschwermen, bis ihr den Rund nicht mehr seht. Also bis da oben nicht mehr da ist, wird deutsche Zeichen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal. Ausatmen zu sehen. Mhm. Oh, ja. Oh, ja. Das war's. 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 Danke. Das war's. Panzer kommt. Das war's. 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 das war's.